Ups. Nur aufpassen, dass man die Dinger nicht in der Nähe explodieren lässt. Na! Vorsichtig, hab ich gesagt. Komm her! Uh, Pillen, 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 Pillen. Oh, bitte, irgendwas Geiles. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag... Was ist das denn für eine... Boah! Alter! Was für Kackpillen. Au! Au! Ey, das auch noch! Ich könnte hier mal ragen, ey. Dankeschön. Na, dann gehen wir gleich mal nach unten. Erste, 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 Erste. Boah. Kinas. Kinas, Kinas, ist gut. Ja, ihr könnt ja mal alle Erster sein. Ja, ja. Schreien sie bestimmt auch beim, ihr wisst schon was. Erster! Das ist nichts Besonderes. Dafür muss man sich schämen. Wer zuerst kommentiert, ist ein Versager. So. Dann gehen wir jetzt mal hier in den Geheimraum und hoffen, da ist irgendwas Nettes drin. Da ist was total Nettes drin. Ja, richtig gerne. Den mag ich richtig. Den hab ich so lieb. Oh, den hab ich so lieb, den blöden. Aua. Mein ganzes Geld! Renn doch wieder ins die Pfütze rein! Au! Au! Alter. Wow! So lohnt war der Boss noch nie. Da drüben ist der Money Room. Da drüben ist der Gold Room. Ich geh erstmal in den Gold Room. Oh oh. Mutchi, Mutchi, Mutchi Time, Mutchi Time, Mutchi Time. Mutchi, 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 Mutchi Time. Kommt mal auf, ihr blöden Blutspucken in Handtaschen, ey. Mag ruhig nicht. Mag dich nicht. Mag dich nicht. Mag dich nicht. Ja. So egal. Pack dich ruhig in die Ecke da. Weg ist sie. So. Hier. Von unten geschossen. Äh. Einer das Herzen muss sich noch nicht dran. Ist gut so? Ach ja. Das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Und schon. Boah, ist das eklig. Die Geräusche, die die alleine machen. Ich brauche nur stehen bleiben. Irgendwann fliegt mal eine in meine Schussbahn. Weil raus möchte ich jetzt hier nicht mehr laufen aus der Schussbahn. Oh bitte, kann mal eine in meine Schussbahn fliegen, bitte. Ach bitte. Oh, Kinder. Kinder, nee. Kinder, nee. Kinder, nee. Das ist nicht lustig. Cheaterfliege, ey. Au! Ich sag's doch. Ich kann mir selbst an den Dingern wehtun. Vorsicht. Schlüssel. Toll. Was ist das denn jetzt hier? Achso, jetzt schieße ich Poison Bombs. Ach, richtig. Das ist gut. Da habe ich wieder mehr Bomben. Und die Dinger vergiften den Gegner auch noch ganz übel. Na gut, dann gehen wir jetzt mal einkaufen in der Hoffnung, dass da nicht noch ein Boss auf uns wartet. Ja, mein Notfall ist ein Herz, das wir uns holen können. Wenn irgendwas daneben geht. Das ist schon mal schön. Hey, schon wieder Fistulas, Gedärm, Geschwürzeugs. Na ja gut, wenn da so Maden im Körper sind, dann gibt das schon mal ein Geschwür. Das kann man nach... Alter, was ist hier los? Warum sind sie so schnell geworden? Au! Mano, Mano. Manni spielt heute so schlecht. Lass mich von allem treffen. Das ist doch peinlich. Und ich kriege nur miese Pillen. Hier ist tot, Jim. Nicht die Pille. Gott sei Dank. Und ich renne ja noch drum rum, weil ich so schnell bin. Och, sag mal. Sag mal, kreativer geht's nicht mehr, oder? Unkreativ. De Abo. Unkreatives Spiel. Kommt, explodiert. Oh, selbst die meines Häusenbombs. Heftig. Komm, explodier da unten. Explodier doch da unten mal bitte. Ja. Das ist sehr gut. Da oben hoch. Jetzt mag ich das Spiel wieder. Oh, ich kann dieses Ding da schon wieder einsetzen. Boah, ja, das Spiel. Ich liebe das Spiel. Echt. Boah, ist das toll. Boah, tollster Raum ever. Not. Was kriege ich hier für Justice? Das gefällt mir. Und die wenigstens alles aufschließen. Alter, ich hasse die Masken. Ich bin der Schatterin, der die Nacht durchwandert. Ich bin die Maske, die dir dein Mittag aufessen versaut. Ich bin Dark wie ein Duck. Alter. Hier. So. Kein Nerf. Gar nicht. Kein Nerf. Spitzhacke. Gibst du was? Heelsdown-Pille. Ich könnte kotzen, ey. Ich könnte kotzen. Das ist doch... Das Spiel trollt mich, oder? Was machen die doch mit der Abstin? Alter, wenn ich die aus Versehen einsetze, habe ich echt ein Problem. Dann nehme ich lieber die mit. Heels... Heelsdown-Pille. Tot. Na, dann gehen wir jetzt mal zum Boss. Like a boss. In der Hoffnung... Hier nichts allzu Schlimmes dann wieder vorzufinden. Wir können ja mal den Raum hier auch aufsprengen. Portionbomb! Oh, Schlüssel unter meinem Herz, falls es uns denn in irgendeiner Form nützt. Oh, ich hasse diesen Raum. Diesen Raum hasse ich echt. Der ist super mies. Der ist so mies. Mieser geht's gar nicht. Der ist so richtig dumiesel. Nein. Ey, der ist toll. Ne, den Schädel will ich nicht. Der teleportiert mich mit dem halben Leben wieder raus aus dem Raum. Der ist richtig kacke. Fallt bitte da rein. Na, dann wenigstens wieder unten. Ha, vergiftet. Kommt schon. Boah, dann nicht. Aber ich kann den Gegner vielleicht damit richtig nerven. Puh, die kommen einem verdammt nah. Gut, dass ich so ein Tears-Update hatte. Wahaha. Schuss-Spied. Voll auf Spied. Auf LSD-Pils zumindest. Warum kriege ich immer nur diese Dinger? Wen habe ich, wen habe ich, wen habe ich? Es ist Loki. Loki-Time. Hier. Was ist das? Stück Dreck. Bam. Oh, der ist ja schon tot. Ein Poison-Bomb verschwendet. Shoot-Speed-Up. Ehrlich, das geht gar nicht mehr schneller. Kinders, das geht doch gar nicht mehr schneller. Aber das ist doch gar nicht mehr möglich, dass das noch schneller geht. Herz. Ich hole mir jetzt noch das Herz. Und zwar hier. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Boot, 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 brav. Ja, naja, ich bin mal gespannt, was ich als nächste Pille dann kriege. Vielleicht auch so ein Müll. Und runter geht's. Deep, deep. Ich habe eine Blume für dich geblickt. Oh, der hat auch einen kleinen Schnee. Oh, dieses kleine Aaskind. Oh, Goldraum. Ja, X-Ray Vision, damit ich einfach noch mehr sehe, wo Geheimräume sind. Das ist geil. Oh, das mag ich nicht. Oh, der Raum ist, oh, der Raum ist ein bisschen hetzend. Ach, nicht der. Das. Und. Gott sei Dank. Okay. Sehe ich damit auch diesen geheimen, 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 geheimen Raum? Oder nicht? Oh, Vorsicht. Oh, das ist nicht, nicht treffen. Doch, treffen lassen. Nein, nee, hast du gut gemacht. Ah, super. Du machst richtig gut. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. In Bewegung bleiben. So. Den habe ich getroffen. Ich muss nur noch die Fliege von dem da weg machen. Jetzt noch den kleinen Kacknob da wegheulen. So. Ausgeweint. Oh, jetzt kann ich das wieder einsetzen. Oh, Gott sei Dank. Arcade Room. Oh, shit, yeah. Oh, muss da ein Platscher dazu sein. Müssen die ein Platscher haben? Screwed. Oh, noch so ein Platscher, ey. Hau ab, du. Hau, platsch woanders. Au. Mh. Lalalalala. 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 Nein, 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 nein. Nicht den kleinen. Och, Mann. Och, Mann. Ich hasse es, dass er die Bomben auch anzieht. Ja, eins muss ich ja wenigstens schlucken. So. Gib's her. Und wenn du mir jetzt nicht den Fliegenhut irgendwann gibst, drehe ich am Rad. Ich möchte nicht einen Scheißhaufen haben, ja. Und ganz viel leben möchte ich. Gib mir ganz viele Solhatsch. Und tu andern Zeugsch. Los. Los. Mach dosch. Boah, wir zocken jetzt wieder ewig, ich weiß. Da ist ja noch schon mal der Geheimraum. Den können wir uns auch schon mal merken. Bomben wären auch nicht übel. Richtig viele Bomben wären auch nicht nice. Ich schubse jetzt hier einfach so lange. Ich mache jetzt voll die Schiebung. Sag mal. Was habe ich für ein Pech? Ich habe doch gar keinen Lack. Wie wir einfach aussehen, ey. Wie wir einfach nur aussehen. Das ist abnormal. Zack. Spucken Sie mir bitte was Gutes aus. Ja, ja. Leben, 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 leben. Yeah, toll. Zwei halbe Portionen, ne? Naja. Bisschen Geld wenigstens. Bomben, Bomben. Ja, für Bomben bin ich echt zu haben. Yes. Weil die mit unserem Poison-Shoot, die hauen richtig weg. Damit können wir ganze Gegner-Horben besiegen. Super. So. Ziehen wir hier mal wieder alles magnetisch an. Wir sind schließlich Magneto in der roten Version. Es fehlt ein Cape. Ich hätte echt gern ein Cape. Ja, ja, ja. Gib mir das, gib mir das. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir das, weil du nicht gib mir das. Du bist so ein schlechtes Person. Gib mir das. Oh Gott, ich singe total falsch. Au. Bah. Bah. Bah, die Flieger. Bah. Wenn du jetzt nicht bald ein Kackhäufchen rausrückst. Dreh ich, echt. Dreh ich, aber sowas von. Ach, ja, wir müssen das Leben. Das ist schon mal ein echtes. Wow. Eins. Zwei. Drei. Zack. Meins. Alles meins. Alles meins. Toll. Schlüssel gibt's gratis. Jetzt hätte ich gerne mal Keyser Bombs oder sowas. Pillen kann der leider nicht ausschlucken. Und der Automat, der Pillen spucken kann, der hat sich ja selber getötet. So ein Suizidautomat, ey. Ja, Bomben. Sag mal, was verstehst du denn? Falsch an der Bomben. Nicht fliegen. Bomben, hab ich gesagt. Boah. Kommt die auch noch so schnell an, Gescheißerter? Ich wette, ich krieg die Schlüssel wieder. Ja. So klar. Ich geh hier noch arm raus, ne? Oh, noch nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, ich hasse diesen kleinen, dämlichen Dreckscheater. Wenigstens krieg ich Geld. Spuck doch nochmal das Fliegen-Item aus. Ich kann nicht 100 Jahre hier drin bleiben. Manchmal hab ich recht. Das ist so unlustig. La, la, la. Au. Oh. Was ist denn das? Ich krieg mir wenigstens das Leben. Vielleicht muss ich das einmal noch hier dagegen rennen. Wow, ein Geld. Es hat so gebraucht, na, gib mir das. Oh, Gott sei Dank Bomben. Wenigstens das gibt's ja jetzt. Sechs Stück, sechs Bomben sind schon mal klasse. Auf diesen blöden Pille mit dem Bombsarkis fall ich auch nicht mehr rein. Ich bleib jetzt einfach hier an der Seite stehen. Ich bin hier schon so aggro geladen. Ich bin schon so, guckt euch meinen Blick an hier. Psycho-Samsan. Ui, ui, ui. Tiffi, tiffi. Alter, ey. Ne, ich lass die hier nochmal stehen. Vielleicht finden wir noch Leben, Geld oder sonst irgendwas. Ich will wenigstens noch in den Geheimraum gehen. Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse. Muss ich nicht mal mehr frei sprengen. Wow, das sind die Fliegen. Oh, das ist so unfair. Oh, das ist so unfair. Warum hab ich nicht das Fliegen-Item gekriegt? Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so unfair. Das ist so... Oh, ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so was von tot. Hätte mir dieser kleine Beta das Fliegen-Item gegeben, wäre das alles nicht passiert. Das ist so cool. Wie war? Vielen Dank.